Lege oder setze Dich nun ganz bequem hin und schließe Deine Augen. Stelle sicher, dass Du jetzt eine angenehme Stellung gefunden hast, in der Du Dich vollständig entspannen kannst. Nimm jetzt ein paar tiefe, bewusste Atemzüge. Lass Deinen Atem tief in den Bauch hineinfließen und langsam wieder hinausströmen. Und stelle Dir vor, wie mit jedem Ausatmen alle Anspannung, die Du über den Tag angesammelt hast, über Deine Hände und Füße aus Dir hinausfließt. Spüre, wie sich die Muskeln und Nerven Deines ganzen Körpers entspannen. Erlaube Dir einfach, ganz loszulassen. Lass nun Deinen Atem einfach fließen, ohne ihn beeinflussen zu wollen. Und spüre die sanften, gleichmäßigen Auf- und Abbewegungen Deiner Bauchdecke. Fühle, wie Dein Atem mit jedem Atemzug immer ruhiger und gleichmäßiger fließt. Und sich das Gefühl der Ruhe in Dir ausbreitet. Wiederhole innerlich die Worte, ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Fühle, wie sich ein sanfter und gelöster Ausdruck auf Deinem Gesicht ausbreitet. Dein Körper ist ganz locker und entspannt. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Gehe nun mit Deiner Aufmerksamkeit in Deinen rechten Arm. Lass mit dem nächsten Ausatmen alle Anspannung und Energie aus Deinem Arm hinaus fließen. Stell Dir vor, dass Dein Arm jetzt zehnmal schwerer ist als normal. Wiederhole innerlich, mein rechter Arm ist ganz schwer. Mein rechter Arm ist ganz schwer. Mein rechter Arm ist ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Spüre, wie sich das angenehme Gefühl der Schwere in Deinem rechten Arm ausgebreitet hat. Er fühlt sich nun locker, entspannt und angenehm schwer an. Entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Ich bin weit entfernt. Gehe nun mit Deiner Aufmerksamkeit in Deinen linken Arm. Lass mit dem nächsten Ausatmen alle Anspannung und Energie aus Deinem Arm hinaus fließen. Stell Dir vor, dass Dein Arm jetzt zehnmal schwerer ist als normal. Wiederhole innerlich, mein linker Arm ist ganz schwer. Mein linker Arm ist ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Spüre, wie sich das angenehme Gefühl der Schwere in Deinem linken Arm ausgebreitet hat. Er fühlt sich nun locker, entspannt und angenehm schwer an. Entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Lenke Deine Achtsamkeit nun in beide Arme. Lass mit dem nächsten Ausatmen alle noch verbliebene Anspannung und Energie aus Deinen Armen hinaus fließen. Wiederhole innerlich, meine Arme sind ganz schwer. Meine Arme sind ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Sie fühlen sich nun locker, entspannt und angenehm schwer an. Entspanne Deine Arme mit jedem Ausatmen noch tiefer. Entspanne Deine Arme mit jedem Ausatmen noch tiefer. Nun gehe mit Deiner Aufmerksamkeit in Dein rechtes Bein. Nun gehe mit Deiner Aufmerksamkeit in Dein rechtes Bein. Ausatmen alle Anspannung und Energie aus Deinem Oberschenkel, Deiner Wade und Deinem Fuß hinaus fließen. Stell Dir vor, dass Dein Bein jetzt zehnmal schwerer ist als normal. Und wiederhole innerlich, mein rechtes Bein ist ganz schwer. Mein rechtes Bein ist ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Spüre das angenehme Gefühl der Schwere in Deinem Bein. Es fühlt sich nun locker, entspannt und angenehm schwer an. Entspanne es mit jedem Ausatmen noch tiefer. Nun gehe mit Deiner Aufmerksamkeit in Dein linkes Bein. Lass mit dem nächsten Ausatmen alle Anspannung und Energie aus Deinem Oberschenkel, Deiner Wade und Deinem Fuß hinaus fließen. Stell Dir vor, dass Dein Bein jetzt zehnmal schwerer ist als normal. Und wiederhole innerlich, mein linkes Bein ist ganz schwer. Mein linkes Bein ist ganz schwer. Mein linkes Bein ist ganz schwer. Spüre das angenehme Gefühl der Schwere in Deinem Bein. Es fühlt sich nun locker, entspannt und angenehm schwer an. Entspanne es mit jedem Ausatmen noch tiefer. Lenke Deine Achtsamkeit nun in beide Beine. Lass mit dem nächsten Ausatmen alle Anspannung und Energie aus Deinen Oberschenkeln, Deinen Waden und Deinen Füßen hinaus fließen. Wiederhole innerlich, meine Beine sind ganz schwer. Meine Beine sind ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Spüre das angenehme Gefühl der Schwere in Deinen Beinen. Sie fühlen sich nun locker, entspannt und angenehm schwer an. Entspanne sie mit jedem Ausatmen noch tiefer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig,но bei jeder Anstattung. Lenke Deine Achtsamkeit nun in beide Arme und Beine und gehe noch tiefer in die Entspannung hinein. Wiederhole innerlich, meine Arme und Beine sind ganz schwer. Meine Arme und Beine sind ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Dein ganzer Körper fühlt sich nun locker, entspannt und schwer an. Dein Gesicht ist gelöst und entspannt. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Wiederhole innerlich, mein Körper ist ganz schwer. Mein Körper ist ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Stelle Dir nun vor, dass Du Dich an einem wunderschönen Strand befindest. Es ist ein herrlicher Sommertag. Der Himmel ist strahlend blau. Die Sonne leuchtet hell und warm. Stell es Dir so genau wie möglich vor. Du kannst den herrlichen salzigen Duft des Meeres riechen. Du kannst hören und sehen, wie die Wellen in gleichmäßigem Rhythmus an den herrlichen Strand spülen und sich wieder zurückziehen. Du spürst die warmen Sonnenstrahlen auf Deiner Haut. und fühlst den leichten, angenehmen, warmen Sommerwind, wie er ganz sanft über Deine unbedeckte Haut und durch Dein Haar streicht. Die Sonne leuchtet. Die Sonne leuchtet. Die Sonne leuchtet. Die Sonne leuchtet hat 3,5 mm. Die Sonne. Zeit läuft auf Dich an! Die Sonne Fühle nun, wie sich eine angenehme Wärme von deinen Armen in deine Hände ausbreitet und wiederhole innerlich, meine Arme sind angenehm warm. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Spüre nun auch eine angenehme Wärme. In deinen Beinen und Füßen und wiederhole innerlich, meine Beine sind angenehm warm. Meine Beine sind angenehm warm. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Du fühlst dich wunderbar. Du fühlst dich wunderbar und entspannt und genieß die wohltuende Wärme in deinen Armen und Beinen. Wiederhole innerlich, meine Arme und Beine sind angenehm warm. Meine Arme und Beine sind angenehm warm. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Dein Körper ist locker entspannt und schwer. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Du genießt es so herrlich entspannt zu sein. Und den leichten Sommerwind zu spüren, der sanft und warm deine Haut streichelt. Du hörst das Rauschen des Meeres und wie die Wellen in gleichmäßigem Rhythmus an den Strand gespült werden. Genauso sanft, gleichmäßig und ruhig fließt dein Atem ein und aus. Spüre die leichten Auf- und Abbewegungen deiner Bauchdecke und wiederhole innerlich. Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Verwand. Und wenn du dich mit Wortesblèmes zu värfen und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen ruhig und gleichmäßig und dabei habe ich mit dem Angen. Genieße es mit Deiner Achtsamkeit, ganz bei Deinem Atem zu sein und genieße diese wundervolle Zeit der Entspannung und Ruhe. Wiederhole nochmals innerlich, mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Lenke Deine Achtsamkeit Nun auf Deinen Bauch und spüre die angenehm warmen Sonnenstrahlen auf Deinen Bauch. Dein Bauch fühlt sich an wie ein weicher Ballon und ist herrlich entspannt und warm. Wiederhole innerlich, mein Bauch ist strömend warm. Mein Bauch ist strömend warm. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Mein Bauch ist strömend. Ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Du genießt es nun so tiefenentspannt zu sein und spürst, wie sich Dein ganzer Körper ganz locker, entspannt und schwer anfühlt. Du genießt es, die wohlige Wärme in Deinem ganzen Körper zu spüren und fühlst Dich wohl und geborgen. Du spürst Deinen ruhigen und gleichmäßigen Atem und lässt Dich von den beruhigenden Klängen der Musik und dem sanften Rauschen des Meeres in den Schlaf begleiten. Entspanne mit jedem Ausatmen immer noch tiefer und tiefer und sinke in einen tiefen und erholsamen Schlaf. Im Ausatmen Impfstoff ð Amen. 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 Amen.